Hier habe ich wahnsinnig viele Fragen. Was ist das für ein seltsames Badezimmer? Warum liegen Blätter auf dem Boden? Und vor allem, was ist das für ein unglaubliches Vieh auf den Schultern von dem Mann? Jonas Burgert malte dieses Bild und am auffälligsten ist sicher dieses Wesen auf den Schultern des Mannes. Sieht sehr unheimlich aus mit dem aufgerissenen Maul, mit der Verlängerung am Kopf, mit der Glühbirne, was man von unheimlichen Fischen kennt. Und es sieht auf den ersten Blick aus, als hätte dieses Wesen den Mann angefallen und würde es in Stoffbahnen wickeln und gefangen nehmen. Wären da nicht zwei Aspekte, die das Ganze in Frage stellen. Zum einen ist das Tier selbst in Stoffbahnen eingewickelt und sieht nicht aus, als könnte es sich frei bewegen. Und das zweite ist diese unheimliche Hand. Die sieht aus, als könnte sie zu dem Mann gehören, ist aber sehr viel größer als seine andere und hat die Farben, die auch dieses Wesen hat. Gehört sie nun zum Mann, zum Wesen oder zu beiden? Man kann es hier an der Schulter nicht genau erkennen. Aber es sieht aus, als wäre es die Verbindung von beiden. Vielleicht steht dieses Wesen sinnbildlich für eigene innere Dämonen, die man bekämpft und die schwer auf den eigenen Schultern lasten. Was an dem Bild noch wahnsinnig schön ist, ist wie Jonas Burgert mit Kontrasten arbeitet. Wir haben helle und dunkle Kontraste, wir haben sehr wilde und gestisch gemalte Elemente und sehr fein ausgearbeitete. Wir haben Schärfen und Unschärfen und das entspricht dem Inhalt. In seinen Gemälden geht es um das Gegensätzliche in unserem Leben, um die Widersprüche, denen wir begegnen. Und dafür ist Klein-Kalt ein sehr schönes Beispiel. Und dafür ist Klein-Kalt ein sehr schönes Beispiel.